Isabel, errate den Preis und ich kauf's dir. Von dem Stuhl? Von dem Stuhl. 99 Euro. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Hier. Oh Gott. Okay, errate den Preis und ich kauf's dir. Von dem? Ja. Für alle vier? Ja. 14,99. Äh, äh, falsch. Jacob, errate den Preis und ich kauf's dir. 100 Euro. Das ist falsch. Wie? 99,99. Jogi, warum immer das teure? Ey, das war doch nur einen Cent. Nee, trotzdem, das gilt nicht. Ich krieg den. Einen Cent hab ich auch. Na toll. Ich bin jetzt einfach arm, also folgt, falls wir es mal andersrum machen sollen.